Moinsen ihr Füchse und Füchseinnen da draußen, ich bin euer Blaufuchs und ich nehme euch mal wieder an die Pfote, begrüße euch hier zu einem weiteren kleinen Kanal-Status-Spaziergang. Ey, keine Woche ohne neuen Spaziergang ist ein bisschen das Meme dieses Jahr, aber nützt ja nix. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass ich mir leider auf dem Hurricane so eine kleine Corona-Geschenkskiste mit organisiert habe. Und nach sieben positiven Corona-Tests und fast zwei Wochen auf der Couch geht es mir aber wieder gut, also soweit er nicht alles überstanden. Und ja, dann ging das hier ja auch wieder los, ich habe ja schon wieder munter Videos aufgenommen, aber irgendwie war mein Hals wieder nicht so glücklich. Und ihr kennt das Spiel ja. Und dann habe ich ja letzte Woche Mittwoch noch gestreamt und da habe ich ja auch schon gesagt, wir machen mal lieber nur zwei Stunden. Irgendwie habe ich ein nicht so gutes Gefühl, was meinen Hals angeht. Und was soll ich sagen, das Gefühl hat sich bestätigt, ich vermute mal durch Corona geschuldet und das Ganze rumgehustet, ist der jetzt wieder ein bisschen rau. Ich habe mir entsprechende Tabletten und sowas organisiert, aber war jetzt vernünftig und habe dann mir freiwillig und selber gesagt am Wochenende, Schonung ist angesagt. Und habe deswegen leider keine Videos aufgenommen. Wäre für euch glaube ich auch nicht geil gewesen mit so einer Stimme mir zuzuhören, schockt auch irgendwie nicht. Ja und deswegen einfach nur kurz, damit ihr Bescheid wisst, diese Woche dann leider gar keine Videos. Ich habe noch den Alan Wake Stream, der kommt dann heute und morgen. Dann könnt ihr den nachholen, aber leider konnte ich sonst nichts aufnehmen, weil Stimme muss geschont werden. Und damit verfahre ich erstmal noch weiter. Wir gucken mal, normalerweise wäre Mittwoch ja jetzt dann der Stream. Dann würde es weitergehen mit Alan Wake. Ich bin euch, ich habe ganz ehrlich, sollte meine Stimme sich bis dahin nicht verbessert haben, dann machen wir das lieber nicht, weil ich habe keinen Bock, dass ich wieder sieben Wochen ausfalle und dann mir wieder Knotenausmalis operiert werden muss. Denn der kann leider wirklich wiederkommen. Und ja, keine Ahnung. Ich gucke mal, wenn sich das bis Mittwoch nicht verbessert hat. Ich muss eh nochmal in die Klinik, weil die mir noch mein Ergebnis da mitteilen müssen. Und wenn ich dann, das macht der Arzt dann immer, und wenn ich dann dieses Ergebnis mitgeteilt bekomme und es sollte bis dahin nicht besser sein, lasse ich die direkt wieder reingucken. Lass ich direkt nochmal gucken, ob vielleicht mein Knoten wieder da ist. Denn so ein Knoten kann leider jederzeit wiederkommen und ich habe irgendwie langsam ein ungutes Gefühl, muss ich leider sagen. Ja, aber ja, da wollte ich euch nur einmal abholen, damit ihr Bescheid wisst. Es ist mal wieder leider so, diese Woche fällt wieder alles aus. Ich weiß, es ist ein Meme, aber ich kann aber nichts machen. Ich kotze ja selber rum, ich habe so Bock weiterzumachen, aber jedes Mal kommt irgendeine Scheiße. Es ist nichts zu fassen, also dieses Jahr ist irgendwie nicht mein Jahr. Aber gut, Leute, das wird wieder. Ich halte euch auf dem Laufenden, keine Sorge. Wie gesagt, ist auch nichts Schlimmes, ich bin jetzt halt nur heiser. Sonst geht es mir aber gut, alles ist in Ordnung. Nur halt bin ich jetzt heiser und ja, das wird halt wieder zunehmend schlimmer. Ich habe jetzt so eine Trans-Gelo-Irgendwas-Tabletten, die dir den Hals vollkleistern. Damit komme ich zumindest durch den Arbeitstag so ein bisschen durch, aber oh, es ist halt einfach zum Kotzen, ne? Was willst du machen? Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte euch nur abholen, damit ihr Bescheid wisst und nicht euch fragt, wo denn wieder die Videos sind. Und ja, ich wünsche euch dennoch eine schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht im Stream am Mittwoch. Wie gesagt, ich kündige ihn an oder kündige ihn nicht an. Ihr kriegt auf jeden Fall auf Social Media und Co. entsprechenden Hinweis, ob der Stream jetzt stattfinden wird oder nicht. Und ja, zockt ein bisschen was. Genießt das langsam wieder besser werdende Wetter. Habt trotzdem eine schöne Woche. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder ganz regulär und normal wiedersehen können. Hoffen wir das Beste. Bis dahin, Leute. Euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, Leute.